Ich nehme euch heute mal mit in mein Lieblingsgeschäft zu Sustrengrähen. Ich kann mich dort einfach nicht satt sehen an den Sachen. Ich habe so viele tolle Sachen wieder gesehen, diese Schachteln. Und schaut mal, ich habe einfach ein Mini-Nudelholz gefunden. Wie herzig ist das eigentlich? Dann lauter so süße Dicksauce und Notizbücher. Ehrlich, ich kann mich nie entscheiden, wenn ich dort bin. Auch die Poster, die auch bei mir immer an der Wand hängen, die sind auch von da. Ihr fragt mich immer wieder, aber ich bin zu Sustrengrähen gegangen. Das sind einfach die Besten dort. Und ich muss auch sagen, diese Perlen, die haben es mir auch angetan. Ich habe halt schon so viele Perlen. Und die liegen auch bei mir nur rum. Ich habe auch wieder richtig Lust, mal wieder was zu basteln. Vielleicht gehe ich mal live und nehme euch mit. Habt ihr Lust? Aber es gibt einfach so unfassbar schöne Sachen dort. Ich kann mich nicht entscheiden. Für was hättet ihr euch entschieden?